Niki, ich glaube, ich habe draußen was gehört. Lass uns mal gucken gehen. Irgendwas hat da gerade geschrien oder so. Ich habe es nicht gehört. Jetzt müssen wir mal kurz in den Wald hier ein bisschen absuchen. Ja, nicht, dass wir noch angegriffen werden. Ich meine, wir haben hier einige von denen. Oh, da sind sie. Ja, ich habe das richtig gehört. Was, wo, wo? Links von uns. Ja, ja, ja. Oh, das ist so schnell, das ist so schnell. Das sind drei. Oh Gott. Bist du da? Ja. Ich habe Angst, dass ich dich treffe. Wir haben Regen. Oh, jetzt gewittert ist Regen. Regen. Boah, die sind schnell, ey. Okay. Ja, aber die sind tot, das ist doch gut. Ob sie das alle waren, weiß ich nicht, aber... Ich habe leichte Probleme gerade mit dem... Oh, guck mal, das lebt noch. Oh, was, jammert. Niki ist erbarmungslos. Es lebt noch. Was heißt ja erbarmungslos? Ich hätte sie auch lebens ins Feuer schmeißen. Ich kann wieder... Den kann man irgendwie nicht ins Feuer legen. Da mache ich, glaube ich, das Feuer mehr an, weil es daneben geht. Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe einen kleinen Bug, dass ich gerade meine Decke nicht aufkriege. Doch, jetzt kriegst du. Okay. Kriegst du ihn auf den kleinen Feuer draufgeschmissen? Wir haben ja noch ein kleines. Warte mal, ich nehme den. Ja! Jawoll, brennt's. Dann haben wir wieder Knochen. Und dann wollte ich noch mal gucken, wie man auch so eine Knochenrüstung baut. Boah, ich muss was trinken. Vielleicht sind wir hier die Dinger schon. Können wir jetzt hier aus den Schalen gehen? Wie macht man das? Nee, noch nicht, das dauert was. Dann hast du so ein Mundsymbol auch. Mhm. Ja, essen muss ich auch. Essen habe ich noch, aber trinken nicht. Aber ich habe hier... Hat ja auch... Ich habe Alkohol. Ich habe doch ständig Hunger hier. Habe ich noch? Ah, hier fliegen ja die Federn rum. Ich glaube, ich werde mal meine Axt mit so Zähnen ausstatten. Dann wird die auch ein bisschen stärker. Jetzt habe ich den Kopf daran. So, drei Zehn haben wir noch. Ja, kleben wir die immer ein bisschen mit. Oh, mir wird kalt. Ich habe so ein Eis. Ja, habe ich auch. Okay. Dann ab zum Feuer, oder? Ja, nah ans Feuer. Ah, ich dachte, das bist du. Das hat eine Axt, das hat eine Axt. Das hat eine Axt, das hat eine Axt. Hilf mir doch, bitte, bitte, bitte. Ich komme. Ach, du bist da schon dran. Alles gut, alles gut, alles gut. Was ist der? Oh, der hat einen Scheinwerfer auf dem Kopf. Komm, komm. Hat den. Nee, nee, nee. Du kommst nicht weg. Sonst holst du nachher noch jemanden. Okay. Können wir den irgendwie ausschlachten, dass wir irgendwelche netten... Auf Feuer, ne? Einfach aufs Feuer draufknallen. Auf Feuer, okay. Oh, hier liegt auch noch so eine Axt von denen. Kannst du ja auch eine nehmen. Ich habe schon eine. Hier, wo ich stehe. Warte mal. Hier ist eine Waffe von denen. Ist die jetzt stärker? So. Hauen wir den hier jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal war mit den... Ich probiere mal so eine Rüstung zu bauen. Hallo. 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 Da stehst du in meiner Decke drin. Geh jetzt ein Stück weg. Was habe ich jetzt? Ah, ich habe ein Rüstungsteil gebaut. Oh, hier ist hier sogar... Ist das von diesem Varan der Kopf oder was? Gar nicht richtig. Das sind einige nette Sachen. Der Axt ist ja ein richtiges... Ja, cool. Also Knochen und Stoff. Und dann kann man sich so ein Rüstungsteil bauen. Ich habe jetzt zwei Stück. Kannst du dir auch mal beim Baum in der Hölz? Mhm. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir die in den Höhlen haben. Siehst du bei mir irgendwie so ein Knochenteil irgendwo an den Armen oder so? Ja, ja. Ah, okay. Seine beiden Arme sind Knochen. Weil dann hast du auch auf der Uhr unten so zwei weiße Symbole. Das heißt, dass du so eine Rüstung an hast. Und die kannst du... Scheiße, ich habe nichts. Ich habe irgendwie was Falsches zu essen, genau. Ich snack mir jetzt hier mal so ein... ...Stück Fleisch noch. Man weiß nicht, wie alt es ist. Jetzt habe ich es weggeschmissen. Ach, jetzt... Oh, da ist noch ein bisschen Buggy hier mit den Knochen reinlegen. Da muss man hantieren, bis man das drin hat alles. Mhm. Oder stell mich blöd an. Das will ich nicht abstreiten. Boah, jetzt wird es richtig hell. Ja, das ist wohl wahr. Haben wir denn jetzt Wasser hier drin? Aber welches... Ich sehe das nicht, welches Fleisch jetzt hier benutzt da ist. Ähm, wo bist du denn? Ach, da. Oh, jetzt habe ich... Ich habe gegessen. Ja? Okay. Mhm. Da kann man auch direkt was Neues dranhängen, ne? Mhm. Wenn wir was haben. Ich habe nichts mehr. Oh, ich müsste auch wieder was trinken, aber... ...die Dinger sind immer noch nicht voll, ne? Ja, warum sind die nicht? Haben wir die richtig gebaut, oder? Ja, da kannst du nicht falsch drauf. Ja, dann lass uns zu dem kleinen Teich da... Auf zum Teich. Ach, auf zum Teich. Wir dürfen nur nicht... Da müssen wir gucken, ob wir unsere Base wiederfinden. Dann wäre es nämlich echt blöd. Mhm. Aber hier oben müsste es eigentlich das Flugzeug wieder sein. Ja, klar. Hier sind schon Koffer wieder. Und Stofffetzen sind dann auch immer wieder drin. Das ist auch gut. Ja, ja. Habe ich gerade gesammelt. Hier ist das Flugzeug. Ja. Und dann ist ja auch der kleine Teich hier in der Nähe, oder? Ja, der war hier unten irgendwo. Kann das sein? Ich glaube, der war hier weit... Oder war der hier drüben? Hier ist das Zeltlager. Da, guck mal. Ist der hier vorne? Was ist denn das? Wo bist du rechts neben dem Flugzeug, oder? Nee, hier war... Hier, ich sehe dich. Hallo. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Ich dreh mich um. Hier, hier, hier. Warte, hinter dir. Hier, komm. Hinter dir. Hallo. Ach da. Hier laufen wieder die Viecher rum, ne? Echt? Ja, ich habe gerade zwei, drei gesehen. Oh, jetzt bin ich im Kabel hingekriegt. Warte mal, der war doch hier, der Teich. Hier ist er, guck. Ja, cool. Dann haben wir hier Wasser. Nochmal was trinken. Und dann sammle ich direkt Fische noch auf. Kann nicht schaden. Kann man auch giftige Sachen essen, dass man sie aus dem... Ja, ja. Ja, das Wasser ist ja auch nicht gut, ne? Du verlierst dann immer ein bisschen von der Energie. Ich habe ein Reh. Wenn du daraus trinkst. Das ist gut. Aber in dem Überlebensbuch müsste einstehen, was gut ist und was nicht gut ist. Ja, da habe ich ja noch nicht reingeguckt. Bombeeren. Naturhandbuch. Fliegenpilz. Der beim Fliegenpilz steht, ist 100% tödlich bestimmt. Ich habe ihn gegessen. Das sind so kleine Pilze. Ich esse die einfach mal. Habe ich auch schon gegessen. Ich scheine gut zu sein. Und der hat mich gesehen, glaube ich. Hat er mich gesehen. Klar hat er mich gesehen. Ja, die sind gut. Spitzkegeliger Kalkopf. Die können wir essen. Scheiße hier. Ich höre hier die ganze Zeit. Was, wo bist denn du? Bist du an den Zelten oder wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr an den Zelten. Hier jammert irgendwas. Ja, ich bin an den Zelten. Ich komme da auch hin. Hier ist ein ganz großer Baum. Oh, hier macht man... Wie siehst du das Flugzeug? Ich sehe das Flugzeug auch nicht. Oh, das ist schlecht. Ganz viele jammernde Dinger. Oh, das ist... Hier ist der Teich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Bleib stehen, warte, warte. Ich bin am Teich. Und wo kommst du denn? Ich bin jetzt am Lager, ich bin am Lager. Ah, da, okay. Oh, hier sind Pfeile drin. Ja, die auf jeden Fall nehmen. Bei uns. Man kann sich auch noch einen Bogen bauen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, 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 sechs. Also, wenn man... Wenn man in die Richtung geht... Da sind seltsame Gefäße. So, ich habe einen Bogen. Mhm. Hier ist noch ein Reh. Ah, cool. Ich kann jetzt auf jeden Fall mit dem Bogen schießen. In welche Richtung denn? Warte, hier bin ich. Ja, ich sehe dich. Ich bin direkt neben dir. Oh, da ist noch eins. Guck mal. Was denn? Ach da. Pfeil und Bogen. Ich hab den getroffen. So eine Base an diesem kleinen Teich wäre auch geil gewesen. Hier ist es richtig schön. Hier hast du halt von allen Seiten können, die hier kommen. Naja, klar. Da schläft doch Bad. Komm, dann holen wir uns. Was ist da? Der schläft, glaube ich. Jetzt schläft er nicht mehr. Wo ist er denn? Habe ich den mit einem Schuss getötet? Der ist tot, ja. Das ging schnell. Dann habe ich den vielleicht gehört. Der hat irgendwie beim Schlafen komische Geräusche gemacht. Was willst du jetzt mit dem machen? Oh, guck mal. Nee, ich will gar nichts mit dem machen. Da ist von denen so ein Totem. Ja, ich habe auch erst gerade einen zerstört. Also, die sind, glaube ich, mehrere. Oh, was echt blöd ist, dass man sich die Homebase nicht mehr angucken kann. Oder wissen wir nur nicht, wie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Aber ich würde sagen, das war jetzt eh nicht so weit weg gehen. Was ist hier? Ist hier eine Höhle? Ja, klar. Hier ist eine Höhle. Ja, cool. Dann haben wir doch alles. Jetzt müsste ich nur wissen, wo du bist. Ja, hier. Hallo. Dreh dich mal an den Stein. Da. Und da ist so ein riesiger Baum. Guck mal. Ja. Okay, ist ein guter Anhaltspunkt. Und rechts davon müsste das Flugzeug sein. Ja, dann, ich würde sagen, starte alles aus mit Bändern. Dann extra mit Stofffetzen, damit wir die anzünden können. Wir haben nur nichts zu trinken mit, aber ich bin eigentlich schon noch relativ voll. Ja. Dann würde ich sagen, runter, oder? Äh, ja. Abwärts. Wie mache ich denn das? So, jetzt. Und dann einfach runterhalten. Mhm. Jetzt läd's. Oh, ich höre schon komische Geräusche. Ja, das macht nichts. Oh, es ist ganz schön. Du musst voll, äh... Du bewegst dich gar nicht bei mir. Ja, ich bin wieder oben, komischerweise. Oh Gott! Was ist? Ich bin oben. Warum auch immer. Jetzt bin ich unten. Ja, okay. Nee, ich hänge hier voll in der Luft. Ich komme nicht bis runter. Wie kann ich... Ach so, jetzt. Du musst dich bewegen. Einfach nach unten. Ja, ja. Ich bin hier ganz alleine. Und hier sind überall Viecher. Oh Gott. Ja, ich bin ja. Wie lange geht das denn? Mann, jetzt klettert du schneller. Okay, ich hab auf jeden Fall überlebt. Ey, wie tief ist denn das? Ist doch nicht normal. Jetzt bist du da. Oh, jetzt. Nicht der Fall. Leute, mein Herz. Okay. Wir können wieder gute Lusen. Wie zündlich denn das an? Hier sind noch Koffer. Und wir haben auch Leichen gefunden. ...